Timo und ich kennen uns schon sehr, sehr lange aus VfB-Zeiten und natürlich freut man sich auf das Duell. Aber auf dem Platz, ja, diese 90 plus, das weiß er auch selbst, wird er nicht mein Freund sein. Und ich werde alles dafür tun, für mein Team zu gewinnen. Und das heißt natürlich Timo Werner stillhalten. Ich weiß nicht, ob ich jemandem Angst mache. Ich mag es, aggressiv zu spielen, aber aggressiv fair. Weil ich denke, das zeigt auch meine Statistiken. Also ich glaube, in den letzten fünf Jahren habe ich keine rote Karte bekommen. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und ich versuche einfach nur, hart zu spielen. Das liegt in meiner Natur. Und ja, mehr auch nicht. Für mich ist es natürlich immer wichtig, vokal zu sein auf dem Platz und zu sprechen. Und meine Mitspielern, natürlich uns allen einfach das Leben auch etwas einfacher zu machen. Sprachmäßig, also ich spreche auf dem Platz Spanisch. Und ja, und ich glaube, alle verstehen mich. Und ich glaube, alle sehen mich. Ich glaube, alle sehen mich. Wie ist das? Ballat. Wenn ich auch nicht. Vielen Dank.